hallöchen meine lieben freunde und damit herzlich willkommen zu paper mario 64 in der letzten folge hatten wir schon bereits gesehen habt unsere reise begonnen eine party bei peach hatte stattgefunden leider wurde die party gecrasht von bowser und bowser hat jetzt nun peach gefangen genommen um die herrschaft an sich zu reißen und der sternstab wurde von den sieben recht an der sterne geklaut jetzt müssen wir natürlich sind wir in goomba fort gelandet und die goombas scheinen eher freundliche wesen zu sein hier was für eine freude mario sehr freut dich kennenzulernen ich bin so froh dass du aufgewacht bist ich kann dir gar nicht sagen wie sehr ich in sorge war weil du so lange geschlafen hast dann können wir auch natürlich bei diesen büschern nachschauen was hier gibt erstmal ein rufzeichen da steht können wir natürlich was sammeln hier zum beispiel jetzt in meinen münze reden wir mit ihm dort hauli mario fühlst dich besser du kannst dich jederzeit ausruhen du musst etwas du musst was du musst schon aufbrechen der stern schnuppengipfel muss sich wohl ohne zweifel um etwas wichtiges handeln ich glaube der gipfel befindet sich nahe von toe town du musst noch ein wenig geduld haben ich muss zuerst dieses tor reparieren bevor du dich in richtung osten aufmachen kannst das erbeben hat hier wirklich ganze arbeit die leistet also die erschütterung gefüllt man ich dachte der himmel fällt uns auf den kopf aber jetzt besteht kein grund zur sorge ich werde das hier im handumdrehen reparieren reden wir mal mit diesem gumbo mädchen hier mario das ist viel besser aus ich bin so froh ich habe wirklich besorgt um dich du lachst da so im wald auf und hast kein auge mehr aufgemacht wer ist der hier mario ich bin gumbario ich bin ein größter fan kannst du nicht vorstellen was es für mich bedeutet dich zu treffen ehrlich gumbario also er ist ein fan von mario haben wir da hallo herzchen nämlich gumma ich bin eine gumma großmutter daher der name hast du schon meine lieben enkelchen getroffen sind sie nicht süß besonders die kleine gumbario ihrer gumbaria sie sieht genauso aus wie ich als ich noch klein war ja die gumbaria haben wir jetzt auch kennengelernt also diese rosa neckung war aber wer unser begleiter sein wird das sind wir bald herausfinden oh du hast mich erschreckt warum stimmt's du bist also endlich aufgemacht gut ich wusste du würdest dich wieder aufrappeln nämlich gumpa ich bin der großvater dieser familie daher bin ich nun gumpa macht es dir etwas aus wenn ich etwas später weiter plaudern ich bin gerade damit beschäftigt diese weiter zu reparieren okay hoffentlich passiert dir nichts oh mario mein vater hat dich gesucht er wollte dir sagen dass er das tor repariert hat er kannst du nach osten und in richtung totan und stern schnuppen und stern schnuppen gipfels reisen gehen wir mal zu ihm was für eine arbeit entschuldige dass du so lange warten musstest das tor ist nun repariert folge einfach dieser straße sie führt direkt nach toe town wo da auch pilz pal- pilz palast steht glaube der stern schnuppen gipfel befindet sich in der zeit des palastes schade dass du nicht bleiben kannst ich würde dich gerne noch näher kennenlernen aber wenn die pflicht ruft einfach mal wieder zu besuch ich bin zu viel glück ich bin zu viel glück ich bin zu viel glück gut dass ich hierher gekommen bin um zu sehen ob du nicht irgendetwas dummes vorhast was was ist das papa was ist das für ein eklige ekliges flingendes ding ekelig du freches kleines ich bin eine wunderschöne koopa dame mit meinem fast noch schöneren namen kemi koopa ich wünschte ich hätte die zeit dir eine lektion zu erhalten du kleine erdkröte aber nicht jetzt mario vernimm dies das ist sinnlos zu versuchen wenn sie sind zu retten lächerlich lachhaft wie du bemerkt hast es könnte ich pausern und viel stärker als du es verkraften kannst ja hast du ein geschenk von ihm oh nein herr du dir das tor zerstört nja hahaha mario du wirst auf die knie fallen und weinen wenn du siehst welche veränderungen pausa gemacht hat deine welt gehört nun uns ähm ich habe das tor repariert ich will das wort tor nicht mehr hören hehehe Kevin Cooper diese Teufelin hast du gehört was sie über die Prinzessin gesagt hat das klingt nicht so gut ich hoffe ihr ist nichts zugestoßen naja es ist leider schon was zugestoßen w-w-was pausa hat Prinzessin Peach entführt schon wieder unglaublich und jetzt musst du zum Sternschnuppengipfel gehen um sie zu retten stimmt's ähm das könnte ein Problem werden aber wir müssen nicht das tun aber wir müssen nicht das tun aber wir müssen die Prinzessin retten niemand sonst kann das tun ähm hey ich hab ne Idee vielleicht können wir diesen Block mit Gumpasshammer zerstören ich glaube er repariert damit gerade die Verander Geh und frage ihn doch mal danach. Wenn wir mal schön speichern. Dann lassen wir uns jetzt mal nachschauen, was jetzt abgeht. Hoffentlich geht es ihm gut. Oh oh. Der Veranda ist weg. Warum? Naja, war ja klar, als es zusammengebrochen ist. Aber was ist mit Gumpa passiert? Na, was für eine leichte Landung. Alles in Ordnung mit dir? Oh, mein Rücken. Hm? Wer ist da? Bist du das, Mario? Ich kann mich nur an einen lauten Krach erinnern. Bein ist die Veranda ein. Und ich bin abgestürzt. Bist du auch gefallen? Du bist aus der Tür gekommen. Und bist ins Leere getreten. Habe ich recht? Immerhin ist es uns nichts passiert. Das Problem ist, wir kommen nicht nach Hause. Weil dieser Block im Weg ist. Dieser Block. Dieser Block sollte hier nicht sein. Das ist ein großes Problem. Was? Ein Hammer? Und natürlich, ähm, wo ist der hin? Ich habe ihn benutzt, um die Veranda zu reparieren. Also muss er hier irgendwo herumliegen. Hm, nirgends zu sehen. Irgendwo da drüben muss er hingefallen sein. Mario, wir sollten ihn suchen. Hm, dann schauen wir mal, wo er jetzt sich befindet. Ob wir jetzt rechts nicht gehen können, gehen wir nach links. Der Hammer muss ganz in der Nähe sein. So sieht er aus. Such ihn hinter den Büschen. Wenn du ein Rufzeichen über dein Kopf erscheint, drücke A, um zu suchen. Hm. Dann schauen wir mal. Hier ist eine Münze. Da haben wir noch nichts gefunden. Nope. Ah, da haben wir ihn gefunden. Da ist ein Hammer gefunden. Und er kann nun eine Hammerattacke ausführen. Dieser Hammer zerstört gelbe Blöcke. Oh, großartig. Das ist der. Das ist der Hammer. Ich nehme an, dass du mit dem Hammer den Block zerstören kannst, der uns in den Weg versperrt hat. Mit dem Hammer kannst du auch Bäume schlagen, um sie zu schütteln. Manchmal fällt es etwas Nützliches herab. Rücke B, um ihn einzusetzen. Ja, ich komme heute jetzt nur kurz bei uns begleiten. Nehmen wir mal die Münzen hier mal mit. Das ist sowieso wichtig für uns. Ne, das ist ja unsere Währung natürlich dann später. Was hast du erhalten? Pippia, ausgezeichnet. Eine süße Puppe, die genau wie Prinzessin Peach aussieht. Okay. Oh, wie schön. Ich glaube, dass es dann die Puppe, die Gumbaria verloren hat. Sie wird dich sehr freuen, wenn du sie ihr zurückbringst. Die Leute verlieren so viele Dinge. Dann möchte man sich doch gleich ein wenig genauer umsehen. Das ist mir nicht aufgefallen, letztes Mal, dass ich das privat gezockt habe. Dass man da das hier finden kann. Interessant. Okay, da ist noch eine Münze hier. Hier ist nichts. Aber gut. Da haben wir jetzt leider nichts mehr. Ich tun jetzt mal ein bisschen speichern, damit wir jetzt unseren Blockers nicht verlieren. So, dann lass uns jetzt anfangen. Zurück zum Block. Wir haben den Hammer gefunden. Also sollten wir uns auf den Weg begeben. Autsch! Ihr seid ihr Deppen. Es ist hier mein Spielplatz, ihr Idioten. Niemand setzt seinen Fuß hinter... ...hier. Ohne meine Erlaubnis. Niemand! Sei bereit, zu Füßen von Meister Junior Truber zu heulen. Und da haben wir unseren ersten Freund. Mario, das ist Junior Truber. Er ist der Boss der hiesigen Rasselwande. Offensichtlich ein Rüpel. Aber Hunde, die Bällen, beißen nicht. Den machst du ganz rasch platt. Verbreite keine Atemluft, um mit ihm zu reden. Mit ihm zu reden, sondern zieh ihm eins über die Rübe. Ich werde mir hier stehen und beobachte das Ganze. Ja, da wird jetzt nicht so sehr ein Nutzfall sein. Ausgezeichnet. Guter Treffer. Mach weiter. Ja, ich höre mich gerade erst auf. Na gut, du hast ihn fast gepackt. Hör nicht auf. Mach weiter. Na gut, du hast es so gewollt. Sag hallo zu Junior Trubers Spezialattacke. Volle Kraft. Dann hat er jetzt keine Chance gehabt. Damit hat er nicht gerechnet. Naja. Er wird wahrscheinlich noch eine große Rolle spielen da im Spiel noch, dieser Junior Truber. Aber du hast es sehr gut gekämpft. Du erhältst Sternenpunkte. Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, erhältst du Sternenpunkte. Bei jeweils 100 Sternenpunkte steigst du ein Level auf. Versuche so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Ja, da wird es jetzt erklärt. Die Sternenpunkte sind die Erfahrungspunkte, die wir dann sammeln. Verdammt! Fast hätte ich gewonnen. Ich komme wieder, Mario. Ich meine Ernst, ich komme wieder. Na dann gut. Lass uns jetzt weitergehen. Er wird nur noch eine große Rolle spielen, der Typ. Der wird uns in fast jeden Kapitel dann eintreffen, so wie es aussieht. Also, machen wir... Können wir jetzt hier... Jetzt verdammt bereithalten. Hier gibt es mal solche Blöcke, wie zum Beispiel Herzblöcke. Berüste diesen Block, während deine KP-Kraftpunkte vollständig aufgefüllt. Na, das ist schon ziemlich nützlich hier. Und auf, Mario. Böse Goombas voraus. Sie sind Pausas gegenüber loyal. Wenn ich sie sehen... Wenn sie dich sehen... Sie ohne zu zögern... Wenn sie ohne zu zögern angreifen. Wenn du es schaffst, einen Gegner mit einem Sprung oder dem Hammer anzugreifen, dann erhältst du einen Erstangriff, wenn da ein Kampf beginnt. Der Erstangriff kann dir in jedem Angriff sinnvoll sein. Dann lassen wir uns auch mal auf dem Weg jetzt hier. Das ist auch ein Erstangriff. Aber die Goombas sind hier natürlich kleine Fische. Aber es ist auch besser, dass wir auch jetzt den Gegner hier besiegen. Weil das passt hier natürlich dazu, dass wir ein bisschen leveln. Und das ist ein Peaks Goomba. Und es hat natürlich einen... Das wird jetzt auch erklärt. Das ist ein Peaks Goomba. Siehst du den Knackel auf seinen Kopf? Pass auf, dass du nicht auf ihn springst. Warte mal, welche Körperzahl von dir sonst verletzt wird. Ja, die Beine eher. Vorerst machen wir jetzt keine Aktion machen mit A oder B oder dem Analogstick hier. Manche droppen wir auch sogar Münzen hier. Und jetzt werden wir auch mal neue Gegner hier treffen. Wie diesen Paragumba hier. Na gut so, Mario. Dieser Kerl fliegt. Mit dem Hammer kannst du ihn nicht erreichen. Um fliegende Gegner anzugreifen, setz einen Sprung ein. Du kannst über einen Feind hinweg springen. Und den dahinter anzugreifen. Das ist ein wichtiger Rat. Vergiss ihn nicht. Kann man schon eher sagen, es ist wie eine Art Tutorial jetzt diesmal. Aber die Goombas sind ja sowieso nur die kleinsten Gegner hier. So, zack. Dann kommen wir jetzt ein weiteres Item. Und zwar Pilz. Das ist natürlich ein Highlighter. Ein normaler Pilz stellt 5 KP wieder her. Du hast ein Item erhalten. Items können als Waffen dienen, deine KP-Kraftpunkte auffrischen und noch einiges mehr. Drücke den linken C-Knopf, um zu sehen, welche Items Mario bei sich trägt. Dann können wir schon sehen, hier. Wir müssen einen Pilz haben. Dann können wir es so auch locker einsetzen. Wir brauchen nicht unbedingt immer so die Start-Taste drücken, wie es immer ist. Und so den Pilz einsetzen. Den Pipi muss man mal echt mitnehmen hier. Warte, mal sehen, was hier rechts ist. Da geht sie wahrscheinlich noch zu einer anderen Route hier. Keine Sorge, Kinder. Hier bin ich. Dank Mario bin ich heil und gesund wieder zurückgekehrt. Warte, da müssen wir noch kurz hingehen. Da war noch etwas. Wir müssen den Stern-Splitter auch mitnehmen. Und wenn wir das Dorf wieder betreten, by the way, können wir, wenn die Gegner respawnen, also da haben wir noch eine Chance, ein bisschen zu leveln. Was aber ein positiver Aspekt ist in Paper Mario. Ich war einmal ein Noob gewesen damals bei Paper Mario. Jetzt muss ich mal schnell den Pilz hier nutzen. Sonst gehen wir dann Game Over. Ja, jetzt haben wir jetzt nochmal 5 HP jetzt bekommen. Noch mal einen kleinen Jump. Dann haben wir jetzt besser einen Erstangriff statt einen gegnerischen Angriff. Wenn der Gegner uns als erstes angegriffen hat, hat er den Eingriffsvorteil. Und wir als erstes angreifen, ist er dann ein Eingriffsnachteil, sozusagen. Die Stern-Splitter können wir mal sammeln. Die befinden sich sowieso hier. Da geht es auch mal Münzen hier. Ein strahlender Stern-Splitter. Finde heraus, wozu man ihn brauchen kann. Ein bisschen Grinden wäre jetzt nicht schlecht. Wenn wir ein bisschen Münzen haben. Also der Kampfstil ist ziemlich gut. Ich wollte das letzte Mal früher let's playen, aber bei dem Emulator, also bei dem N64-Emulator, hatte ich immer wieder Probleme gehabt. Aber der Pix-Gumba ist irgendwie ein kleiner Fisch, wie ihr schon seht. So, dann gehen wir mal jetzt wieder zurück zu Gumbaria und Gumbaria und die restliche Familie. Dass Gumpa ganz in Ordnung ist. Oh, das ist das Ding zugeschwört? Lass mich für dich öffnen. Gumpa, wo bist du gewesen? Ich habe mich nach draußen gesehen und plötzlich waren du und die Veranda verschwunden. Gumpa, ich war sehr, sehr besorgt um dich. Wirklich besorgt. Tut mir leid, Kinder. Ich entschuldige mich. Ich wollte euch keine Angst einjagen. Ihr könnt euch jetzt wieder beruhigen. Ich bin ja wohlbehalten wieder zurückgekommen. Ach, übrigens, weil ich es vergesse. Ich wollte dir noch etwas geben, Mario. Ich bin gleich wieder da. Hm. Wie, was? Hey, die Puppe, die du da hast. Ich glaube, Gumbaria hat sie verloren. Er hat schon überall danach gesucht. Willst du sie eher wohl zurückgeben? Klar, geben wir sie ihr doch. Die Peach-Puppe. Meine Pippi, Pippi, Pippi. Du bist wieder da. Ich danke dir. Ich bin so glücklich. Meine süße Pippi. Du darfst nie wieder verloren gehen. Ja, ich gebe dir ein Geschenk. Sieh nur, wie hübsch. Es funkelt. Oh, da kriegen wir einen Sternsplitter als Belohnung hier. Und nimm das auch. Hat auch einen Kuss gekriegt. Ja. Mario gebt all die Piches. Es scheint, als hätte keiner deiner Gegner eine Chance gegen dich. Machst du Bodybuilding? Ich lerne Selbstverteidigung, indem ich die Bücher der Meister lese und Papa und Gumpa zuhöre. Und außerdem trainiere ich jeden Tag, damit ich so stark werde wie du. Langsam zeigt sich auch der Erfolg. Meine Muskeln werden immer dicker. Ja, Gumparius Kopf ist hart wie ein Felsen. Wenn er seine Kopfnuss austeilt, tut es sehr, sehr weh. Sei still, Gumparia. Das ist so peinlich. Aber abgesehen davon, es ist wahr. Entschuldige, dass ich dich noch warten ließ, Mario. Ich bin okay, Gumpa. Wir quatschen gerade mit Mario. Du quatschst also? Entschuldigt. Ich wollte dir das geben, Mario. Du hast den Powersprung-Ordner erhalten. Mario springt mit voller Kraft auf einen Gegner. Das nennt man Orden. Wenn du ihn trägst, kannst du einen Powersprung ausführen. Das bedeutet, dass dein Angriff mehr Schaden verursachen wird. Aber hör mir gut zu. Du kannst diesen Sprung nur ausführen, wenn du den Orden trägst. Du sollst es ausprobieren. Das An- und Ablegen von Orden ist ein sehr wichtiger Vorgang. Kann ich dir die kurze Lektion darin geben, wie du die Orden, die du auf deiner Reise finden fährst, richtig einsetzt? Obwohl ich das gespielt habe, werden wir es doch mal einführen lassen. Okay, drücke Start. So öffnest du das Menü. Wähle mit Hilfe des 3D-Sticks die Orden- und Zahlbälle an. Wähle den Orden. Dreht den A-Knopf, und zwar Orden-Übersicht zu gelangen. Klick nochmals auf den A-Knopf, um die Orden-Liste einzusehen. Um Orden zu tragen, werden Orden-Punkte benötigt. Der Orden wird eingetragen, dass du nochmals den A-Knopf drückst. Der Orden wurde abgelegt. OP steht weiter zur Verfügung. Bege dir, du brauchst B-B-B-Blütenpunkte, um den P-U-Sprung einzusetzen. Kannst du dich daran erinnern, dass wir auf dem Weg einen Block wie diesen sahen? Diese Blöcke stellen nicht nur KP, sondern auch BP wieder her. Das sind neue Lebensretter. Benutze sie, wenn deine KP und BP zur Neige gehen. Übrigens, Mario, ich habe von Gumba gehört, dass du es ganz alleine auf dich nehmen willst, die Ansätze aus Pausers Verfängen zu befreien. Oh yeah, Mario könnte Pausers enghändig mit verbundenen Augen platt machen. Still jetzt, Gumbario. Mario, nimm diesen Hammer. Er wird dir gute Dienste leisten. Wenn ich nur etwas jünger wäre, würde ich dich begleiten. Ich hätte den Bösewichten schon das Fürchten gelehrt. Aber die Last der Jahre liegt schwer auf mir. Ich kann dir sagen, diese Schmerzen im Kreuz. Abenteuer. Du darfst dich glücklich schätzen. Inzessen entretten ist so cool. Eines Tages will ich auch ein Abenteurer sein. Ich auch. Hey, ich habe eine Idee. Hey, Gumbario, vielleicht ist die Zeit jetzt gekommen. Du bist kein Kind mehr. Schlimme Zeiten stehen uns bevor. Ich bin sicher, Mario wird mir zustimmen. Du sollst Mario begleiten. Was? Wirklich? Darf ich gehen, Gumba? Darf ich wirklich gehen? Ja, oh yeah. Mario, du sollst es nicht bereuen. Gumbario gehört zum Team. Mit dem unteren C-Button, um Infos der Personen, Orte oder Dinge in der Nähe zu bieten. Wenn du etwas wissen willst, dann frage ihn einfach. Gumbario ist auch im Kampf sehr hilfreich. Er kann mit Kopfnuss angreifen oder über Gegner und ihre KP mit Hilfe der Scanner-Auskunft geben. Was hatte ich, Gumbario? Gumbario, ich weiß, dass sich Gumbario als wertvoller Weggefährte erweisen wird. Ich glaube, es ist an der Zeit für mich ein Nickerchen. Ich bin dann im Haus. Abschiede machen mich alten Gumba immer traurig. Das ist so cool, Mario. Lass uns gehen. Ja, jetzt haben wir unseren ersten Begleiter, und zwar Gumbario. Der wird uns ziemlich nützlich sein für jeden Gegner. Aber vorerst, wenn wir mal jetzt mal schnell unsere Nochen ausruhen und dann den Part bänden. Im nächsten Part geht es dann schon direkt los, auf dem Weg zu Toad Town. Mal sehen, wo jetzt unser Weg jetzt dann weitergehen wird. Hast du gut geschlafen? Pass gut auf dich auf! Ja, da werden wir dann sehr viele Sachen hier finden. Und vorerst, wenn wir mal schön speichern. Und dann werden wir dann im nächsten Part weitermachen. Also, wir werden dann in diesem Blog erst den nächsten Part dann aufbrechen. Also, bis zum nächsten Mal. Falls euch dieser zweite Part gefallen hat, lasst gerne einen Like da und gerne ein Abo. Wäre nett. Um keine Part von diesem Projekt zu verpassen. Haut rein! Euer RedPocketendo. Ciao! canopy Deus!